Herzlich Willkommen zum neuen Vlog Der erste richtige Kirmesvlog in diesem Jahr bzw. in dieser Saison Wir sind in Dortmund, wie man eventuell sieht, weiß ich nicht Und ja, mit dabei ist diesmal Jessica, Alina und Steffen Ja, da Alina schon alles gefahren ist, aber jetzt noch nicht so viel Zeit hat Und No Limit noch nicht gefahren ist, fangen wir jetzt direkt an mit No Limit Man sieht ihn Und ja, wir werden sehen, viel Spaß Wir sind Wir sind Reicht nach dem Die Wir sind Wir sind Wir sind Wir sind And I wonder where you are Mysterious That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Mysterious That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Oh, fuck! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh! 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 Oh, man! Oh, man! Oh, man! Oh, man! Oh, man! Also, man! Wir haben's geschafft! Eine Runde Now Limit Oh! 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 Ich bin begeistert! So, wir haben einen Rekommadeur wieder gefunden. Genau. Wir schlagen ein. Eskalation. Wir haben es geschafft, endlich mal wieder was vernünftiges. Drei sind glücklich, eine ist kaputt. Da wir alle irgendwie Hunger haben, sind Lukas und Steffen reingegangen zu Birkin. Alina ist gerade nach Hause gegangen, weil die muss halt jetzt schon. Und wir beide holen uns einfach eine Runde Kremliss. Hey Leute, was geht denn da ab? Wir sind einfach Haufen. Was geht hier ab? Ah, Freunde. Die Frage ist eher, woher sie kommen. Das hört nicht mehr auf. Das hört nicht mehr auf. Was geht hier ab? Scheiße. By the way, Steffen und ich fahren jetzt auf eine Runde Breaker. Und ich muss einen Tipp eintauschen gegen den Roten. Weil dann habe ich einen Rundgrün und einen Roten für meine Sammlung gebracht. Genau. Und er will ja wie immer nicht. Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, Fischer. Ja, Fischer. Ja. Oh, das haben wir gesagt. We are ready to fight. Jetzt immer. Ja, ja, ja. Nein! Nein! Scheiße. Ich habe das auch mit zwei Mal gemacht. Ich nehme die Mal drüber. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt. Und es ist hoch, kommen wir nach Viertelstunde. Ist auch übrigens der letzte Bus, den wir dann annehmen können. Deshalb müssen wir jetzt wirklich. Und, ja. Let's go. Let's go run! Okay. Nein, nein, doch nicht. Schade. Ne, aber wir müssen jetzt wirklich. Deshalb will ich sagen, was ist das jetzt auch für dieses Video? Haut hin. Mach rein! Schau, mach hin, komm. Ja. Schau. Tschüssi! 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 Schau.